Mario und Petric in Fischgretes Reise um die Welt Eine Reise für die Fisch! Peppi? Peppi! Jetzt komm schon, Peppi, jetzt heb schon an! Da gibt's dir kein gutes Ende jetzt am Flughafen in New York. Ja, endlich! Du, Peppi, wo bist du denn da? Ich warte auf dich beim Kaufen, Förderbandl! Weh, bitte? Du warst gar nicht im Flieger! Ich hab dir gesagt, nur 100 Milliliter Kernöl darfst mitnehmen! Nein, mit der Dopplerflasche lassen sie dich nicht einsteigen! Ja, dann trink's halt schnell aus und komm sofort nach! Warte, Peppi, bleib trauen! Ich komm gleich zur Passkontrolle! Na, servus, der Habi hinter der Glaswitrin schaut ja noch grantiger aus wie der Cracki um fünf in der Früh! Me bitte, make a picture of me! Ja, surely not, bittchen! Es ist 16. Früh! Wissen Sie, wie ich ausschaue? Über den Meer wollen heftige Flatulent sein! Oder ich hab eine Idee! Der Peppi, mein Hausmann, der kommt eh bald nach! Er macht dann ein Foto von mir bei der Freizeitstatue! Und das schickt euch dann! Did you understand? Hallo? Oje, oje, lasst mich los! Ich bin unschuldig! Ich bin's doch! Die Fischgräte! Peppi? Peppi! 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 Peppi!